Chillen in der Hole. Chillen in der Hole. Ich glaube, ich komme nicht mehr klar. Pause, Pause, Pause. Wicky, wicky, fresh, Digga. Ihr seid auf jeden Fall sehr nice. Ja, oder? Also, wenn wir nicht durchstarten, dann weiß ich auch nichts. Servus. Grüß dich. Wie geht's? Gut, und selbst? Gut, danke. Hast du irgendeinen Sound in deinem Zimmer? Ich bin Beatmaker und ich nehme das Ganze hier auf. Und ich mache dann Beat mit irgendeinem Sound von dir. Also egal, ob du eine Gitarre hast oder was weiß ich. Ich habe keine Glocke, irgendetwas. Kann ich mir eine Flasche machen? Klar, kannst du auch machen. Fuck. Warte, 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 ich suche nach was. Scheiße. Ich habe hier was. Spray. Ich glaube, das reicht. Passt. Passt. Hello. Hey. Are you performing today? No, I'm not performing. Maybe one sound that you have in your room? I have to think, I have to think. I have to find something that makes a sound for Beatmaker. Okay. Okay. Nice. Yes, of course. Thanks you a lot. Oh, see ya. Okay, thank you. Bye. So, meine lieben Freunde, am Ende des Tages konnte ich doch aus diesen ganzen verrückten Sachen noch vier Samples rausselektieren. Und zwar haben wir folgendes. Ich habe schon ein paar Flaschen. Dann habe ich hier eine Ukulele. Dann habe ich einmal ein Spray. Der Wahnsinn. Und hier einmal... Fuck. Ja, die Flaschen. Ich lege mal los. Was haben wir noch an Samples? So, jetzt müssen wir das Ganze noch wesentlich weicher machen. Extrem übersteuert das Ganze. Fuck. Ich feiere das gerade. Kompressor drauf. So, jetzt fange ich an, ein bisschen Action zu machen. Okay. Einer meiner Lieblings-Plugins. Rinn damit. So, mit dem Sample bin ich, glaube ich, so gut wie durch. Mit dem Ukulele. Am Ende ist es ein, ich möchte mal sagen, so ein Piedro Lombardi. Man könnte locker irgendetwas drauf machen. Meine Signorita. Lelele. Ne, auf Lelele muss man irgendwie zum Schluss mit Le. So, wenn man nicht weiter weiß, hilft Reimemaschine.de. Lelele. Ich gebe hier bei Reimemaschine lelele ein. Da kommt das erste Sport direkt. Bam. Ich sitze in der Zelele. Ich brauche einen Zettel. In der Zelele. Lelele. Wir müssen ja Gangster sein. Dann müssen wir es auch so verkaufen. Ich vermisse die Lokalele. Jetzt wird es Corona. Gitterstäbe. Tabellele. Guck mal, das ist ein Vergleich. Gitterstäbe wie Tabelle. Boom. Wir müssen jetzt wirklich ganz ernst bleiben, weil Gangster. Ich meine, Gitterstäbe. Und der Song heißt Ukulelele. Gitterstab. Weil würde er sonst nicht reinpassen. Grammatik. Das können wir komplett alles vergessen. Alles einmal kurz ausschalten. Gitterstab. Ukulelele. Ja. Während. Also Brüder muss man. Auf jeden Fall seine Brüder muss man damit. Auf jeden Fall. Während Brüder Gefallele. Nicht während, sondern meine. Meine Brüder Gefallele. Nimm es zu Protokollele. Grammatik ist sowieso alles Bube. Juckt nicht. Wieso auch? So, was kommt als allererstes drauf? Absolut klar. Da müssen wir nicht lange drum herumreden. Antares Autotunowitsch. Der Gute. Mal gucken. Wir haben hier. Einmal frei sein. Einmal dabei sein. Du weißt Bescheid. 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 Ja, ich sitz in der Zelle. Gitterstab. Ukulelele. Meine Brüder Gefallele. Nimm es zu Protokollele. Ja, ich sitz in der Zelle. Gitterstab. Ukulelele. Meine Brüder Gefallele. Nimm es zu Protokollele. Ja Leute, das war es auch schon mit diesem Video, ich hoffe euch hat es gefallen, wir haben auf jeden Fall ein Beat zusammen bekommen aus dem was wir hatten und ja, falls ihr Bock habt auf mehr solcher Videos, dann schreibt das unten in die Kommentare, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.